Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Duke Nukem. Okay. Ja, das stimmt. Komm mal runter. So, da gab's doch was. Mhm. Eine ganze Menge von denen, die hier rumhängen. Na dann. Gebt mir mal euer Zeug, bitte. Ja, ja. Gab's da noch Schönes? Ach ja, noch mehr Minen. Mhm. Dütütüt. Also, ja, das ist allgemein doch, also ist halt noch gut geworden. Es ist nicht so, dass, ich denke, der Hype hat dem Spieler einfach nicht gut getan. Es ist ein solides Spiel, das muss man sagen. Ähm. Ähm, ich glaub, die, es hatten sich halt einfach die Leute etwas mehr von dem Ganzen erhofft. Und, ähm. Von daher ist es vielleicht auch der Grund, warum es dann teilweise immer so schlecht geredet wurde. Aber ich muss sagen, es ist eigentlich so ein gutes Spiel geworden. Also, es ist ein... Es ist jetzt nicht ein... Total unwürdig. War's das? Jawohl. Oh, wir haben kaum noch Muni. Da füllen wir hier wieder ein bisschen was. Das ist schön. Ich glaub, wir werden hier aber auch eine ganze Menge... ...brauchen. Na gut, ich guck mal, was wir hier im Nahkampf ausschalten können. Au, 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 au. Böse, böse, böse gerade. Ich muss mich mal kurz wieder reaktivieren. So. Dann auf ein neues... Und tschüss. So, ein paar Octabrains weniger, aber ich glaub, die haben auch schon ein bisschen was von den Dingern hier mitgenommen. Das ist schön. Hm... Ich überlege gerade, wie wir hier weiterkommen. Da können wir einfach durch, oder? Jawohl. Okay, das wird lustig. Lief gut. Ich wollte so ein bisschen befürchten, dass wir hier nicht mehr zurückkommen. Von daher gehe ich jetzt einfach mal auf Nummer sicher. Wohl, ne, da sind überall Türen. Da müssen wir nochmal hin. Da müssen wir nochmal hin. Na dann. Hep. Hep. Angekommen. Autsch. Gut, da müssen wir uns dann wieder ein Tierchen besorgen. Das wir da reinpacken können. Kann ich denn? Ich kann auch außenrum gehen. Das ist doch schön. Ah, ich glaub, hier war das mit dem langen Weg. So. Eine rohe Bombe. Werden wir auch ganz bestimmt nochmal nutzen können. Wie sieht's? Ja, gut. Ohne geht's auch. Ja, da wollte ich nicht runter. Ich hätte vielleicht doch das Nachtsichtzeug anlassen sollen. So, wo hast du gespeichert? Aber wie gesagt, ich glaube, die Checkpoints waren relativ gut gesetzt. Ja. Sind sie. Können wir hier den ganzen Spaß nochmal zerlegen. Jam, 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 jam. Euch beide nochmal zerlegen. Diesmal nicht da runterfallen. Ach, guck mal, da haben wir es übersehen. Ich scheine auch, glaube ich, immer das Gleiche zu droppen. Äh, Jump'n'Run-Einlage. Sehr schön. Hä? Hä? Okay. Wir könnten jetzt hier weiter. Ich will auch mal gucken, was es da unten noch gibt. Ähm, nichts. Wohl doch, wir können da hin. Lasergewehr, nä. Oder wir haben, irgendwas haben wir noch leer geschossen gehabt, oder? Äh. Dann hoffe ich mal, dass das was wird. Häp, 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 häp. Alles erledigt hier an Dingern? Ich glaube schon. So. Ihr werdet ja auch dann demnächst hier rauskommen. Das wird lustig. Das wird lustig. Da wäre auch wieder ein Shotgun. Äh, nee. Ripper würde ich gerne behalten. Dann würde das Lasergewehr loswerden. Dankeschön. Minen wären tatsächlich eine Idee. Hier. Muss ich ja sagen. Da hin hin. Da hin hin. Da hin hin. Da hin hin. Meins haben wir keine mehr. Okay. holen wir uns noch ein paar neue. So. Ich glaube, das wäre gar nicht so dumm, da Minen hinzupacken. Dann, okay. Da kommen wir, nee, da kommen wir erstmal noch nicht hin. Ähm. Ich glaube, da runterspringen ist aber auch nicht so das Wahre. Mal gucken, was das bringt. Gut. Das war zu erwarten. Wie kommen wir denn hier jetzt nochmal weiter? Sag mal. Ah, wir kommen auch nicht mehr zurück. Wie gesagt, so ganz auswendig kann ich das Spiel nicht. Und wir kriegen doch Schaden durch unsere eigenen Minen. Alles klar. Habe ich wohl beim letzten Mal immer noch geschafft, einigermaßen gut da dran vorbeizukommen. Hier runter springen ist ja auch nicht. Da ist ja nichts mehr. Hier kommen wir nicht hoch. Hättet ihr sein können, dass das was bringt. Da wählt der Laser noch. Die alten Octabrains, ihr. Puh, ich bin gerade echt ratlos. Erste Mal jetzt. Ah, okay, ich hab's. Stimmt. Wir müssen ja hier, äh, Kettenreaktion, beziehungsweise. Das war das. So, genau. Es wird nämlich runtergerollt. Die werden jetzt alle etwas aktiver. Aber noch nicht so aktiv, dass sie raus wollen. Okay. Jetzt wollen sie raus. Trotzdem ist, aua, teilweise. Da fehlt Platz zum Ausweichen. Hui. Nee, Ausweichen ist gerade heute nicht so merkig. So, dann darfst du mal weiter hier. Na komm. Für Muni haben wir da aber auch nicht mehr, sehe ich gerade. Das ist nicht so schön. Nein, nicht da runter kullern. Du sollst bitte da runter kullern. So. Ah, genau, stimmt. Die schmeißen Explosivdinger wieder zurück. Da war ja was. So, wie weit bist du denn gekullert, mein Kleines? Da unten. Geh deine Tentakle zurück in Japan, ihr Freude. Geh deine Tentakle und schau sie auf deinen Aas. Ich glaube, das werden sie mit Freude tun. So. Jawohl. Jawohl. Wie gesagt, das war hier die Sache, die so relativ langwierig war. Ja, bleib. Boah. Hier. War ich hier noch gar nicht? Scheint mehr so. Ach ja, genau. Doch, hier war ich. Habe ich deine Dinger dann übersehen? Gut, dass wir nochmal zurückgekommen sind. So, nächster Checkpoint. Du kannst da auch mal was runterlassen. Also deine Waffen, nicht deine Hosen. Ja, sieht so aus, können wir da weiterlaufen. Da oben ist ja noch was, eine Tür. Aua, was war das gerade? Keine Ahnung. Scheint aber weg zu sein. Na komm, geh schön auf. Wieder ist Schüss. Die werden weg. Ach, jetzt kommt hier auch wieder was raus. Das hier sieht auch alles ziemlich zerlegt aus. Das freut mich. Hat sich das doch mal gelohnt. Weiter, weiter, weiter. Ja, ja. Nicht schlüpfen hier. Auf Wiedersehen. Wir können hier wieder. So wrong, yet so right. Es gibt auch keinen Boost mehr. Wahrscheinlich nur beim ersten Mal einen Boost gegeben. Cool, immer wieder Ripper, Muni. Macht aber stark. Hm, strange silikon-based life form. Sorry babe, it's better this way. Yep. So, bisschen tiefer werfen, dann wird das auch was. Ähm, fuck, wir haben kein Dings mehr. Looks like Lady Luck, just gave you the finger. Na komm. Okay, das hat nichts gebracht. Gibt dir noch andere Möglichkeiten, ja. Aua. Iiii. Blöden Penetrators hier. Und ja, das sind halt die Äquivalenten zu den, äh, Schleimviechern aus dem dritten Teil. Das klingt ja nicht so gut. Ich glaube, dann sollten wir vielleicht wirklich mal... Ah, du bist das. Na, hör auf damit, das, äh, möchte ich nicht. Dann kann das nochmal weg, war hier noch irgendwas, jawohl. Da ist noch einer von den Kleinen. Und scheinbar hat er überlebt. Ja. Nimm das. Verzeihung. Okay, da ist erstmal zu. Wie es mir scheint. Ich dachte gerade, da muss man noch irgendwie hochkommen. Hängt da jemand von der Decke? Ja. Dachte ich mir doch. Kommst du denn jetzt auf einmal wieder her, hm? Habe ich dir jemand böse gemacht? Ah, okay. Hätten auch einfach hier hochkommen können. Okay, da geht's nicht weiter. Hi. So, einer weniger. Ah, dann ist hier auch jetzt offen, wie mir scheint. Sehr gut. Offen für alles. Hier habe ich scheinbar schon aufgeräumt. Na gut, das ist ja auch zu wissen, äh, gut zu wissen hier mit den Pickups. Alles klar. So, weg, weg, weg. Sonst haben wir hier nix mehr, oder? Was ich noch zerlegen könnte. Ne, sieht gut aus. Ich denke, wir müssen raus, Sir. Zeit, zu gehen. Ja, okay. Oha. Das, äh, jawohl. Explosivsachen können wir nochmal mitnehmen. Ähm. Das machen wir mal weg. Ach, ich glaube, hier war auch wieder mit Granaten. Da können wir erstmal nix tun. So, da haben wir wieder ein... Okay, gibt keinen XP-Boost mehr. Schade. Ähm, Health-Boost. So, das Ding liegt da. Dann gucken wir mal. Das war ein bisschen zu tief. Das hat gepasst. Na dann. Klick-Klack. Das ist schon kaputt. Da ist noch was. Jam, 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 jam. So, stopp, jetzt mal ein bisschen was zu trinken. Gut, das scheint wirklich schon kaputt zu sein. Können wir da noch was rausholen? Ne, der sieht nicht mehr so fit aus. Ähm, dann würde ich sagen, bevor wir da hochgehen, bleichere ich nochmal ab und werde... Das heißt, speichern geht ja nicht, aber wir werden die Folge beenden. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Äh, da, 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 da. Das war jetzt etwas unnötig, aber passt schon. Ja, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.